Jo, morgen ist Freitag, Männers. Schöne Sache. Na gut, dieses Mal werde ich wohl mal rüberschauen, ob das jetzt ja schon hier Unwesen treiben. Ach so, ah, ah, jetzt, ah, jetzt, das stimmt, da hast du natürlich recht. Ja, als ich das geschrieben habe, das sind auch schon genau 2 Stunden 20 Minuten und 28 Sekunden her. Das habe ich doch da schon wieder vergessen, Cola-Mann. Was verlangst du von mir? So, es ist, dass ich nicht so schnell über die Dame komme. Und ich bin so schnell vor allem vorbei. Wenn ich mich auf der Regel nicht in den Jungen zurückgelegt habe, dann bin ich doch nicht hierher. Was jß? Ja, das ist die Liebe. Ja, ja, ja. So, dass es heute Leute, die Hütungckie, Ja, ist auch gar nicht so übel. Da können wir den Kanister wenigstens nicht verlieren. Besser als vorhin, mit den sechs Slots. Den kriegen wir jetzt wenigstens weg hier. Im Dorf wird schon wieder rumgeholzt. Da oben ist ein Skeff. Er fällt einfach nicht um. Er dreht seine Runden wie so ein Wahnsinniger. Blutet wild Schwein. Was war mit ihm, Alter? Er ist ja übelst hier abgepässt. Wie von der Tarantie gebissen. Da ist der Nächste. Geil. Aber er ist zornig. Ja, du sagst das. Aber ich muss mich auch konzentrieren. Ich habe keine Bodyarmor. Das ist halt das Ding. Den tricksen wir aus. Wir erschießen ihn dann, wenn er es am wenigsten erwartet. Ah ne, darf ich ja nicht anziehen. Jetzt hätte ich fast die Bodyarmor angezogen. Gut. Da will ich mir jetzt den hier hinten nochmal anschauen. Ein Marathonläufer. Das war der Marathonmann. Meine Lieblingsbaffe. Ich bin nicht hin und okay. Bist du nicht anziehen? Ja, los Personen. Das ist so. Geiler Typ. Spieler. Oder Skev. Das wär's, dann hätte man die Quest geschafft. Habe ich ihn? Er hat geröchelt. Alter, habe ich es drauf oder was? Habe ich es drauf oder habe ich es drauf, Leute? Lade nach, ich habe nichts mehr. Scheiße. Shit. Oh, dann wartet wir und bleiben gleich hier. Pocken wir uns her ins Gebüsch und dann warten wir, bis die Skepsis auftauchen. Bis dahin können wir ja noch ein bisschen quatschen. Mal was Lustiges vielleicht. Okay. Bis dahin. Jennifer Prefer kel States. Tyler. Feierf. bisаться. Add engagegez. Absurd. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ich glaube, ich habe mit der Pistole noch nie geschossen. Ich habe die immer nur verkauft. Ja, klar, ich auch. Naja, für einen Teppich gab es schon Staubsauger oder Ausklopfer. Teppichklopfer. Aber das war mehr so bei Oma. Die hatte so Läufer. Die wurden dann rausgeschleppt, über die Wäscheleine gehängt und dann ausgeklopft. Und auch so die Teppiche bei uns, also das wäre ja nicht, kannst du nicht rausreißen, den Teppich. Da steht ja alles drauf. Da gab es schon Staubsauger. War das jetzt ein Schuss oder ist hier einer durchs Gras gelaufen? Das ist ja gut. Du, 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 du! Ah, sehr gut. Unser erster Skeff. B... Давай, давай, давай! Пизде... Вдохни, тварь! Ah, das war ein Spieler. Aber der schnauft, dem habe ich ein paar reingepresst. Der schnauft. Puh, schade. Er hat gute Munition geschossen, aber dafür, dass ich keine Bodyarmor... Doch, ne hatte ich ja nicht, ich hatte bloß den Helm. Musik 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 Nein, das ist noch kein Skiff gewesen. Aber wir können ja Containerburg mal hoch gucken, ob wir da Glück haben. Ah, unsere Iskra müssen doch auch bald fertig werden, das müssen wir auch noch platzieren. Ich dachte, man kann über Zäune klettern. Kommt ja wie gerufen, die Saiga, her damit. Den Helm lasse ich lieber. Ich dachte, du bist schon fertig, Cola. Du hast das doch gestern schon in Angriff genommen. So, erstmal schnell das, jetzt die Magazine schnell rüber. Schnell, 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 die Weste weg, die Weste an. Die Brille mit, die brauche ich für eine Quest. Zucker holen, Whisky holen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.